Feuerfelder? Okay, nein doch nicht. Da fliegt man jetzt direkt rein, aber okay. Die springen runter. Da sind sie denn nicht. Okay, wir gehen wieder hoch, wir gehen wieder hoch. Ruin hoch. So, wo wollen die hin? Da sind sie, okay. Okay, nicht runter springen, Leute. Alles klar. Mir nach, mir nach, mir nach, mir nach. Lasst den Einzelnen da stehen, lasst den Einzelnen stehen. Die hauen ab, wir gehen hinterher. Springen hier runter. Noch mal ein Statikfeld und Speed senken. 3, 2, 1 und so, weiter geht's. Ich rufe die Kraft des Sturms herbei. Stopp bei mir, stopp bei mir. Füllt die Feuer weiter, sagt's. Okay, weiter, 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 weiter. Wir wollen die nicht kämpfen, was ist mit denen los? Die Kitechnerin. Okay, Feuerfelder bei mir, Feuerfelder bei mir. Wir gehen rechts, wir gehen rechts, wir gehen wieder durch den Gang, wir durch den Gang, durch den Gang. Okay, komm. Und jetzt Schleier hinter uns, 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 Schleier hinter uns. Und wir gehen zurück. Nicht durchs Statikfeld rennen, wenn das von... Nee, das geht. Und wir inken hier. Einmal Doppel-Dodgerolle, zweimal Ausweichrolle, zweimal Ausweichrolle. Bei mir sammeln, Heilfeld bei mir, Wasserfeld bei mir. Oh, das liegt. Und wir gehen wieder zurück, wir gehen wieder zurück. Wir gehen wieder zurück. Treffen dann nochmal oben bei dem kleinen Tunnel in der Nähe. Bei mir nochmal stopp, bei mir nochmal stopp. Jetzt unsere Toten, wenn die noch nicht ganz down sind. Wir sind noch Standard durch. Und wir gehen nochmal zurück zu denen. Nochmal zurück, da sind noch einige bei dem Down fest. Und wir drehen nochmal oben in den kleinen Gang. In 3, 2, 1 und go. Nochmal im kleinen Gang, alle nochmal sammeln. Dann nochmal hochheilen. Nochmal ein kleines Wasserfeld, das soll es reichen. Ja, es liegt. Und wir gehen Richtung Wache, wir gehen Richtung Wache hoch. Wir gehen Richtung Wache. Da ist nämlich noch mehr. Rechts rum, rechts rum, rechts rum, rechts rum, rechts rum. Und ein Schleier bei mir, Schleier vor mir, Schleier vor mir, wenn wir haben. Kein Schleier, okay. Wir gehen jetzt von der Seite hier rein. Und jetzt hier links rein, links rein, links rein. Heilfeld legen, Heilfeld legen, wenn wir haben. Heilfelder in uns. Und wir gehen rechts weiter Richtung Bucht, Richtung Bucht hoch, Richtung Bucht hoch. Hier den kleinen Hügel. Hier oben, die müssen alle weg. Wir gehen nicht weiter Richtung Bucht. Wir lassen die dann da halt weglaufen, wenn wir nicht wollen. Okay, die sammeln, die brauchen jetzt im Leben einen Pfeilwagen. Wir gehen vor zum Pfeilwagen. Auf den Pfeilwagen muss jetzt alles kommen. Da darf keiner irgendwas aufbauen. Heilfelder in uns legen. Zurück, 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 zurück. Oh nein, ist der Pfeilwagen. Okay, bin down, geht zurück, Richtung Wache. Hier wieder. Danke. Heilfelder nochmal hochheilen, den bei mir. Und wir gehen ins Lager, wir gehen ins Lager, wir gehen ins Lager. Wenn die hinterher kommen, setzen wir mal ein Statik-Paid oder so. Linksrum dann, beim Lager linksrum. Wir gehen hoch auf die Erhöhung. So, hier nochmal sammeln, dass alle dann auch noch wieder da sind. Kommt ran, Leute. Lauft hier nicht hinterher. Feuerfeld bei mir wird Waffen nochmal hoch. Und 3, 2, 1, wir gehen runter. Nicht links und rechts, wirklich jetzt dranbleiben, Leute. Ich habe einige wieder verloren, dann brauchen wir nicht reinrennen. Aber die wollen auch nicht, wie es aussieht. User left or channel. Jetzt geht die zusammen, was wir hier haben. Bei mir oben einmal im Heilfeld, hier oben im Heilfeld, hier oben im Heilfeld. Großflick auslösen. Ein Stück zurück Richtung Lager, ein Stück zurück Richtung Lager, nicht zu weit vor, nicht zu weit vor. Wir gehen linksrum, 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 linksrum. Und jetzt Richtung Teilwagenbaustelle nochmal rein. Und da müssen die Felder kommen, da müssen auch die Heilfelder kommen. Und wir gehen Richtung Turm zurück. Jetzt in Richtung Turm zurück. Nochmal hoch rein, hoch rein bei mir, hoch rein bei mir, hoch rein, hoch rein. Alles mit. Und wir gehen vor, 3, 2, 1, nochmal vor. Nur leicht vor, nur leicht vor. Da sind viele Felder, geht aus den Feldern raus. Nicht in den Feldern stehen bleiben. Und wir gehen nochmal zurück. Nochmal hoch rein bei mir. Ich droppe sonst gleich. Vorne nochmal Wasser fällt. Das war's, da. Bissi. Nochmal retten, Dankeschön. Und wir gehen zurück Richtung Waffe. Da kommt einiges. Die Leute sind uns dran gebeten. Ja, und bei der Waffe, Wegoo. Mach die nochmal weg hier eben. Die sind Abaddons. Nein, ich rück bitte. Erst recht. Großes Link. Und wir gehen ins Lager, 3, 2, 1, 0. Wir gehen nochmal links hoch, auf die Erhöhung. Dann hast du wieder lagst. Nee. Bei mir spackst du gerade ein bisschen rum. Okay, bei mir auch. Warum bauen wir nicht 300 Millionen Freiwagen? Okay, die haben einen gestempft. Kommt mir nach, kommt mir nach, kommt mir nach. Feuer fällt bei mir und direkt ein Schleier vor mir auch. Feuer fällt und Schleier. Schleier runter, Schleier runter. Wenn wir haben, 3, 2, 1, go. Wir gehen, wir gehen, wir gehen Richtung Fallwagen. Hier muss der ganze Schaden kommen. Die ganzen anderen, die hier rein wollen, dürfen eigentlich rein. Wir rollen durch Richtung Waffe, Richtung Wasser durchweilen. Wasser fällt bei mir, Wasser fällt bei mir. Wasser fällt, liegt. Und wir gehen nochmal hoch, wir gehen nochmal hoch. Standard kommt hier für die beiden. Und wir rollen zurück Richtung Waffe, Richtung Waffe zurück. Machen die Blaupause hier nochmal weg. Und wir gehen nach rechts Richtung Wasser in 3, 2, 1, go. Drei Leute, die hier nur rumstehen, nochmal weghauen. Und Richtung Form, Richtung Form, Richtung Form jetzt. Da brauchen wir uns echt nicht weiter aufhalten. Wir gehen erstmal weiter. Die Toten bitte neu kommen. Downstate. Felder nach hinten legen. Und Leute, wenn hier welche in uns sind, die müssen uns dann sterben. Okay, die brauchen wir uns halt. Bei mir nochmal sammeln. Letztes Mal ein Wasser fällt bei mir. Den Hain nochmal eben hoch. Dann ist kommt, dann ist lebt. Und das jetzt hier in uns steht, kurz weghauen. Wir gehen zurück, weiter zurück, Richtung Spawn, Richtung Spawn, weiter. Kommen alle hinterher. Da kommt einiges Leute. Ja, ich hab auch Skal Delay ohne Ende. Wir starten das Event, muss ja eigentlich funktionieren. Die ist gar nicht da, okay, geil. Dann einmal kurz gegenretten.